Der Abschluss wird unvergesslich. Er hat's echt geschafft. Nicht schlecht, oder? Du weißt, was Danny wirklich auf dich steht? Schluss mit dem, er liebt mich, er liebt mich nicht Bullshit. Echt jetzt, Danny. Sie hat krasse Daddy-Issues. Hast du nicht gehört, was ihr Dad mit ihrer Mom gemacht hat? Wozu der Puppenspieler ihren Dad gebracht hat? Ich bin das nicht! Nein! Wirklich? Ich dachte, das bleibt zwischen uns. Michael, es tut mir leid. Du kannst mich nicht verhindern. Hallo, Michael. Ich versuche herauszufinden, was passiert ist. Ich hab's in ihren Augen gesehen. Es war das, was in seinen Augen zu sehen war. Als ob er Angst hätte. Angst? Wovor denn? Von mir. Michael. Sie trägt deinen Tod in sich drin. Wieso hast du sie getötet? Das warst du. Was hast du mir da eingepflanzt? Lass es liegen. Lass es töten. Charles liegt. Charles stirbt. Peter! 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 Du wolltest, dass ich so leide wie du. Oder nicht? Töte mich! Bitte, nein! Mit wem haben sie gesprochen? Er hat dich gewählt.